einen wunderschönen guten tag meine damen und herren hier bei einem neuen video von gta 5 auf dem server wenn es ja wie ihr sicher wisst ich bin der chief von fd wir werden uns hier mal in das wach outfit schmeißen ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet die fahrzeuge stehen schon alle da und angemeldet im funk bin ich auch schon fd chief im dienst wir kontrollieren die fahrzeuge das ist da sehr gut ich bekomme hunger schmeißen wir uns ein sandwich hinein vier breche sind vier dietriche das 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 ja oh warte wie ganz was wichtig ist ein stück zu wenig oder schmeißen wir drei stücke noch hinterher die tasche die bekommt auch dieses fahrzeug mit rein zweimal ganz ganz wichtig hier kontrolle machen das ist 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 das zwei stück er hatte zwei stück kann man da lassen es in jeder tasche ist so ein stück auch drinnen sagt man passt das machen wir die tür zu so jetzt gehen wir hinaus ja wie das ist 22 über 33 bisschen finster mein chief Tieffahrzeug Das ist doch, das ist doch Der Schiebüro, der Schiebüro Sehr gut Diese Schiebzucht und schauen wir uns mal Gerätewagen an Gerätewagen an Gerätewagen an Der letzte Stream wurde ja unfreindlicherweise unterbrochen Das tut mir sehr leid Ah, Stream sag ich schon das letzte Video Vier Stück, vier Stück Das ist das Vier Stück, perfekt Das ist unser Heismat Also unser Technischer Wagen Und dann würde Deutschland heißt Rf, also Rüstfahr Oder Rw, Entschuldigung Rw, Rüstfahrzeug In Österreich heißt Rf, Rüstfahrzeug Äh, Rüstfahrzeug Glaube ich Wir haben unsere Raging, Kommando Und ähm So RTW Bei RTW mäßig Ist ähm Jetzt schwierig Weil die Eben die Eben die ja noch da ist Denken wir mal Wollen wir mal schauen Äh, warte mal Wie, wie Oh, wie heißen sie nochmal Jetzt fällt mir der Name nicht dann aufgrund Lana Ah, jetzt habe ich's Lana Jetzt wird sie nicht durch Spinner Hä? At least it's going to shit Ich will jetzt nicht Hä? Jetzt bin ich auf Jetzt Jetzt steh ich Jetzt Jetzt ist es ein bisschen Jetzt ist es um Oh mein Was ist das? FDG FDG Wider Impfung Ah Tick 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 Aargh All right. What the? Yo, what up? I feel like I'll do a movie. I hope this is not. Wait. Wait a minute. Can you kill me? That's crazy. Tell them devils to eat a pig. Yeah, I'll pick more money. Can you help me be my 57 cat? Get over yourself. No, no. The good thing is that if you mix it up, you have access to everything. Also, here. Oh, I made a lot of food. Oh, come on, man. Otherwise, I can't do it. So, I think that was the one. No. That was wrong. No. Wait. Eh. Radio work. Work. Work, 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 work. No. A recession is a growth opportunity in disguise. I hope you'll take a good look at our respects. Hm? No, 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 no. Oh, no, no. What's that? That shit ain't real. Ah. Oh, you must be looking to get laid down. Hey, what the fuck? Fuck that shit. Gut, Leute. Dann ist sie nicht mehr da. Dann ist sie nicht mehr da. Alter. We are not. I will, we are not at risk. We're not at risk. No, no, no. Are we not at risk? In der Regel? Der Platz? Mein Kollege. Sie verklappte? Nein, da schau, da schau. Das ist nicht schön. Das ist unsere Rezeption, aber ich glaub ich hab vorher eh schon, also den letzten eh schon an der Tür gemacht. Zusperren. So, da ich jetzt vermute, dass wir den Medix übernehmen. Gut. Und Schuhe resten. Anschuhe. So, werde ich mich ins Medic Outfit einschmeißen. Ins FD Medic Outfit. FIO. Ach, wir müssen uns snacken. Mal schauen, ob da genug zum snacken drin ist. 20, 20, überall 20. Ja, da sind 24. Ja, dann erwarten wir uns einmal, da haben wir sich was rein. Schubidudi-du qui do du 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 du, und zum trinken haben wir uns auch noch was ein. Obweifen, wir uns noch eine ENERGY! So, jetzt snacken wir uns, vier Kaffee Sollte, glaub ich, überall 20 drin Was sagt ihr zu dem ganzen, was ihr bis jetzt gesehen habt? Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen, das habe ich im letzten Stream-Video nicht gesagt Daumen nach oben, ein Abo da lassen, auf den Server joinen in Discord und auch hier einreisen Wir würden uns mega, mega freuen, auf den Richtigkeiten Der Server ist neu, neu rausgekommen Wir haben momentan die Bewerbungsphase offen Also Bewerbungsphase für das FD und für das Ebendi haben wir die Bewerbungsphase offen Ähm, ja, PD werden generell Leute gesucht, also Schmalst euch rein Schmeisterkarten, Crime-Fraktionen werden zu, Mafia-Kabelle Mafia-Kabelle werden zu Das, man kann jedes, jedes, ähm, jede Fraktion aufmachen Kommt einfach rein, joint Und, ich kann euch nur sagen, dass das Team, das Venice-Team ist Ich habe viele gute Teams gesehen, ja, das ist richtig Hab auch auf Server gezockt, wo ich mir gedacht hab, geiles Team, perfekt Ich habe auch noch einen Stream, sobald er raus ist Der Release ist jetzt am Samstag, dem 20. Juli Ähm, by the way, das Team dort ist auch sehr, sehr, sehr gut Sehr freundlich, hilfsbereit, alles drumherum Aber wir wollen jetzt nicht über Salzburg-RP reden, sondern über Venice Venice, das Team ist mega Also, ja, ich kann es nicht anders ausdrücken Der Projekt-Inhaber, der Jules, der ist wirklich mega Er bemüht sich, um Fehler schnell zu beheben Er ist einfach Er ist einfach Er sucht Lösungen, hat irrsinnig gute Vorschläge Auch, ähm, ich aber nicht nur, nicht nur Jules Sondern auch, ähm, der heißt Discord-Maybis-Prime-C Der ist auch sehr, sehr, sehr gut Hilfsbereit für Freunde, ja Hey, remember me as Mama! Joint auf den Server, habt Spaß Mehr kann ich euch Nichts sagen, den Rest muss ich machen Ich kann euch, wie gesagt, gerne auch den FD anschließen Wir suchen Leute an was, wir sind derzeit nur zu zweit Äh, diese Woche von 15. bis 21. oder bis 22. Bin ich alleine hier auf, äh, um FD Weil mein, mein, mein Compagnon Hat, ähm, ähm, Der, also der ist, der ist weg Der ist auf Ullo Wir würden uns, wie gesagt, über Zuwachs sehr, 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 sehr freuen Für MFDs oder AMR oder generell MZ oder so Genug geschnackt Ähm, warum ich Medic hab, Outfit anhab und ist sooooooooooooooooooooooowee hier ein RTW steht, wenn das MD außer Dienst ist, übernimmt das FD den Part Rettungsdienst. Wenn ihr euch beim FD bewerbt, dann sagt ihr, komm, ich will Feuerwehrmann werden, oder Frau, man kann ja eh beideswerb sein, und dann sagt ihr, ja, Zusatzausbildung möchte ich Sanitäter, also Paramedic machen, dann werdet ihr eine Zeit lang zum AMR geschickt, vom FD aus, also ihr müsst hier herfahren, euch hier oben ziehen, um die Medicsack anzunehmen, also ihr beginnt euren Einsatz mit seinem Dienst hier, in dieser Wache hier, beginnt mit dem Dienst, beginnt werden, stehen wir alle hier, oder so abwegs fort, stehen wir hier, ja, hier, hier stehe ich als Chief, und hier halt die versammelte Mannschaft, ja, und wenn ihr Medic Ausbildung macht, dann werde ich denjenigen extra aufrufen, beziehungsweise, wenn du, wenn man später halt dann in den Dienst kommt, weil sich's OOC, also Art of Character, sprich im realen Leben nicht ausgeht, dass man um 19 Uhr da ist, Dienstbeginn macht, und, 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 ja, vorheitlich, dass wir ab 7 Uhr früh Dienstbeginn haben, also zweimal pro Tag Dienstbeginn haben, um, einmal um 7 Uhr, einmal um 19 Uhr, ähm, genau, falls du die Medic Ausbildung machst, dann, du stehst hier drin, dann kannst du, dann geht man sich umziehen auf Medic Trainee, kann ich euch gleich zeigen, so, wartet mal, wartet mal, Medic Trainee, ja, noch extra, Handschuhe, so, so, also, Medic Trainee, zack, das ist dieses Outfit, in rot, auch schön hier mit dem, oh, New San Andreas Fire Rescue, Fire Investigation, SAFR, ja, ähm, genau, in diesem Outfit, mit dem blauen Helm, und der andere hat das weiße T-Shirt mit dem gelben Helm, äh, der Unterschied darin ist, man soll, ähm, unterscheiden können, auf jeden Fall, siehst du dir das, dann das Trainee Outfit an, und wirst du dann mit, dem Fahrzeug zum, AMER, sprich, ähm, FD, sprich, Pickbox Hill Krankenhaus gefahren, noch, sage ich jetzt mal gleich, vorweg, noch haben wir unser FD Hill, bei 41,24, hier in diesem Ghetto, in Davis, aber, ich werde das hier kaufen, äh, 72,06, das ist bei dem, Juwelier in der Nähe, falls das jemand kennt, das FD, das werde ich kaufen, und dann werden wir dort, eine erneute Führung machen, weil ich finde, hier bist du, ja, fast zentral, aber, ähm, FD Chief kommen, war das jetzt ich, oder, so, ähm, aber hier, finde ich es doch, besser, da bist du dann, also hier bist du auch, schneller auf der Autobahn, und beim Flughafen, und überall, aber hier bist du dann doch, viel, viel besser, ähm, aufgehoben, hier hast du mehr, mehr Platz, an, dieses, FD da herraussen, irgendwo, äh, ja, da, das hat jeder, so, das ist schon so, äh, äh, jetzt reicht's einmal mit dem scheiß Elie, was ist denn da? Und wenn의 F-Rue ist, die Gantse und den lift hat, den hatten die St oops, auf der Schlagel steckte, ohne dass er eine B 120 oder eine Bede Das ist ja so ein Bedeutel. Der ist ein Bedeutel, der hat den F-Rue aber, die ich hier mit dem Platz bin, wie ich in das resonated den F-Rue ist, Ich bin mir still bei uns. Ehm, ja. Aber ich bin... Wir schauen mal, ob wir die nächste Zeit haben. Wir haben auch die nächste Zeit. Ich bin mir jetzt mal schon ganz... Ah f**k Tablets So Ganz kurz was machen Ganz kurz was machen So Ui Alter Ich muss zeitweise auch im Discord schauen und jemand Neues auf den FDI-AMR-Server gekommen ist Ich bin generell nicht da ein Moment Also schon Ab 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja Leute, heute war die EM-Finale. Spanien gegen England. Spanien hat gewonnen mit 2 zu 1. Gratulation an das spanische Team. Mal von meiner Seite aus. Äh, ja... Ja, was ist denn los? Da kommen so viele Leute... So... Fahren wir mal... Eine Runde. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt sehen wir uns das Wachautritt an, die Wachautkneidung, viel bequemer. Ja Leute, sorry, dass wenig Platz ist heute. Aber, ihr wisst ja sicher, alle anderen ist schwer mit zu servern. Deswegen kommt auf Venice, er stellt euch einen Charakter, kommt in-game rein. Und lasst uns auf ganz gut, gemütlich. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.